Ich bin der King der Renner, ist das die Frau oder das Kind vom Wendler? Wenn ich nicht mehr Quatsch erzähle, Leute, let's do it. Bänger Musik. Hallo alle Bitch. Ja, alles klar. Trinkgeld. Ey, wenn ich mal so viel Trinkgeld bekommen hätte, damals, wo ich gefahren bin oder so, wäre Ehre gewesen. Die Bile auf Island sind und die anderen Show, wie heißt die Nummer 8? Bachelor, weil du vom Promis einkäufst. Ich bin kein Polizeifreund. Millionär, solange das Honey Mike läuft. Verbreit die Chance, so wie Covid-19. Verbreit die Angst, so wie Covid-19. Geiler Einstieg hier, mit dem Halt-die-Fresse-Ding hat mich gerade überrascht. Richtig nice hat er hier, schön das Halt-die-Fresse-Teil. Sehr nice. Schön Desinfektionsmittel hier gebunkert. Nicer Einstieg, auf jeden Fall auch vom Flow. Der Beat knallt gut rein, sehr nice. Buntescheine, kein Color Grating. Oberkörper, eine Starathlete. Olli Pocher, keine Parallele. Gib mir nicht die Hand, geh in Quarantäne. Ja, Köln. Gib mir nicht die Hand, geh in Quarantäne. Ah, Farid. Ich feiere einfach seinen Humor und seine Lines. Das ist so genial. In Quarantäne. Pascha oder Fitnesscenter. Ich doof Influencer mit Wings und Kämpfer. Ich bin der King der Renner. Ist das die Frau oder das Kind vom Wendler? Ist das die Frau oder das Kind vom Wendler? Jamol, Alter. Ey, Junge. Es ist Farid in Höchstform wieder, Alter. Oh mein Gott, wie genial einfach nur. Hammer. Hammergeil. Ist das die Frau oder das Kind vom Wendler? Ey, yo. Ich schlaufe durch ein Ghetto. Mit mehr Ketten als Quavo. Denn ich bin auf Yeah, yo. Yeah, yo. Hey, yo. Was los? Ich schlaufe durch ein Ghetto. Mit mehr Ketten als Quavo. Denn ich bin auf Yeah, yo. Okay, es heißt auf jeden Fall Quavo. Jetzt weiß ich es auch. Ja. Geile Hook, gefällt mir gut. Sehr nice. Schöner Blick auf jeden Fall hier an der Stelle. Geil, Alter. Die ganzen Platten da hinten. Hier hat Biggie 3. Ist das die Platin-Platte? Gold. Jungen Bruder, gut. Feier ich. Ja, sieht mega geil aus. Hey, yo. Ex-Prostis werden Story-Blogger. Yeah. Insta-Models oder Promi-Tochter. Ich bin auf J. Joe wie Tonys Haus. So ein Fick-Mobbing-Opfer von Holly Bocher. Meine Bitch sieht aus wie Konikova. Deine sieht aus wie Antoni Joshua. Geht da an... Digga, seine Lines. Ey, er haut einfach so geile Lines raus. Deine sieht aus wie Antoni Joshua. Geil, Alter. Deine sieht aus wie Anthony Joshua. Ich bin nicht, wie sie mich gerne hätten. Denn ich fick direkt beim ersten Treffen. Direkt. Alter, wie geil, Alter. Brutal Star Trek. Also die Lines sind unnormal geil. Der Humor ist brutal gut. Super geil. Feier ich übelst ab gerade, Alter. Richtig nice. Er hätte vielleicht den Text vorher noch ein, zwei Mal sich angucken sollen. Dann hätte er den vielleicht ein bisschen synchroner rappen können gerade im Video. Aber ist auch eigentlich völlig Latte. So als würde Merkel sprechen. Hey, yo. Ich schlaufe durch ein Ketto. Mit mehr Ketten als Quavo. Der will ich spiel auf Yeah, yo. Yeah, yo. Hey, yo. Was los? Ich schlaufe durch ein Ketto. Mit mehr Ketten als Quavo. Dick. Der will ich spiel auf Yeah, yo. Yeah, yo. Hammer. Die Line mit dem Wendler ist so geil, Alter. Die Line mit dem Wendler hat mich gerade mega ge... Das ist so gut, ey. Oh, so geil. Die... Oh. Das ballert. Julio on a beat. Young Mesh macht die 808. Young Mesh macht die 808. Ah. Hammergeil. Hammergeil, Alter. Mega feierbar. Richtig, richtig nice. Ohne Scheiße. So ein kurzer Track, aber so viele Lacher drin. Unnormal. Unnormal. Der Beat ballert auch noch geil. Das klingt gut. Einfach Hammerteil. Oh, der Beat, Alter. So ein Monster. So ein Monster. Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst auf jeden Fall Support da. Der Link zum Original ist selbstverständlich in der Beschreibung, Alter. Allein für die Wendlerzeile müsstet ihr fünf Daumen nach oben geben. Mega gut. Ja, mehr kann ich auch nicht sagen, Alter, Leute. Ich wünsche euch einfach noch einen schönen Tag. Bis dahin. Macht's gut oder rein. Und ciao.